Ich habe keine Verwendung dafür. Tom redet schnell. Er hat kurzes Haar. Manchmal werden Träume wahr. Ich bin kein Offizier. Waren die Fenster geschlossen? Gib mir dein Geld. Was wirst du tun? Was wirst du tun? Was wirst du tun? Möchtest du Geld? Möchtest du Geld? Möchtest du Geld? Ich habe dich singen gehört. Ich habe dich singen gehört. Ich habe dich singen gehört. Tom war unser Held. Tom war unser Held. Tom war unser Held. Tom war unser Held. Was ist die Ursache der Verspätung? Was ist die Ursache der Verspätung? Was ist die gute Nachricht? Ich werde für dich zahlen. Ich werde für dich zahlen. Tom kam ungeschoren davon. Wer hat sie eingeladen? Wer hat sie eingeladen? Wer hat sie eingeladen? Ich werde für dich zahlen. Ich werde für dich zahlen. Halte meine Hand. Halte meine Hand. Halte meine Hand. Den Knopf nicht drücken. Den Knopf nicht drücken. Den Knopf nicht drücken. Der Soldat rannte. Der Soldat rannte. Der Soldat rannte. ich muss mobile. Ich muss bleiben. Ich muss bleiben. Das hatte ich gerne. Das hatte ich gerne. Das hatte ich gerne. Zum Glück war Tom da. Zum Glück war Tom da. Zum Glück war Tom da. Das fliegt niemals. Das fliegt niemals. Das fliegt niemals. Ich bin gegen den Krieg. 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 Bleib auf deinem Zimmer. Bleib auf deinem Zimmer. Bleib auf deinem Zimmer. Bleib auf deinem Zimmer. Das ist echt schade. Lass mich das versuchen. Lass mich das versuchen. Lass mich das versuchen. Lass mich das versuchen. Ich komme mit dem Auto. Das ist einfach zu erklären. Das ist einfach zu erklären. Das ist einfach zu erklären. Ich bin am Dosen. 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 2. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 8. Ich liebe diesen Ausdruck. Stimmst du nicht zu Tom? Erzähl uns von dir. Er wird leicht wütend. Das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder. Es könnte Stunden dauern. Tom war sehr glücklich. Tom war sehr glücklich. Tom war sehr glücklich. Tom war sehr glücklich. Tom denkt. Tom denkt. Du bist jetzt erwachsen. Du bist jetzt erwachsen. Du bist jetzt erwachsen. Ich werde dich auf jeden Fall vermissen. Ich werde dich auf jeden Fall vermissen. Ist das nicht ungewöhnlich. Sie kam von dort. Ich bin eine von euch. Ich brauche eine Jacke. Danke für dein Verständnis. Ich werde dich auf jeden Fall vermissen. Tom ist nicht alleine. Er hat fertig gefrühstückt. Er hat fertig gefrühstückt. Er hat fertig gefrühstückt. Er hat fertig gefrühstückt. Wie heißt deine Mutter? Wie heißt deine Mutter? Wie heißt deine Mutter? Wie heißt deine Mutter? Tom ist betrunken. Tom ist betrunken. Tom ist betrunken. Wie ist die Temperatur? Ich habe meinen Hund gerufen. Es enthielt schädliche Chemikalien. Passt du auch auf? Maria ist Hebamme. Maria ist Hebamme. Maria ist Hebamme. Tom trachtet uns nach dem Leben. Tom trachtet uns nach dem Leben. Tom trachtet uns nach dem Leben. Der Goldfisch lebt. Der Goldfisch lebt. Der Goldfisch lebt. Der Goldfisch lebt. Der Goldfisch leer. Was für eine schöne Nacht. Was für eine schöne Nacht!